Das war's für heute. Dann kriege ich ihn auch nicht zu. Ja bitte, mach auf. Guten Tag, Frau Svita. Guten Tag, Anni. Komm, leg ab. Hat Johanna dich hergebracht? Ja, mit unserem Wagen. Ja, warum ist sie denn nicht mit drauf gekommen? Sie wollte lieber unten im Café warten. Und in einer halben Stunde soll ich wieder vorm Haus sein. Ja, Anni. Annichen. Wie groß du geworden bist. Ich geh schnell zu Frau Peschke runter. Der Wasserhahn tropft wieder. Ja, und so ein schlimmes Wetter hast du mitgebracht. Aber das macht gar nichts. Dadurch lassen wir uns überhaupt nicht verdrießen. Komm, setz dich hin. Jetzt trinkst du zuerst deine Schokolade und dazu isst du ein großes Stück Torte von Granzler mit viel, viel Schlagsahne. Danke, ich hab jetzt keinen Hunger. Äh, ja. Naja, vielleicht kriegst du später Appetit. Sitzt du denn so bequem? Ja, danke. Weißt du, dass ich dich schon vor einigen Tagen gesehen hab? Ich weiß es nicht. Anni, jetzt musst du mir erzählen, wie es dir in der Schule geht. Ach, deine Mami ist schrecklich neugierig. Hat das Fräulein von Wedelstedt sich wieder beschwert, dass du so wild bist? Sie ist sehr zufrieden mit mir, sagt Papa. Ja, das ist recht. Aber ein bisschen Wildheit schadet eigentlich gar nichts. Worin bist du denn am besten? In Religion. Ach. Na ja, ich war im Singen am besten. Und natürlich auch im Turnen. Weißt du was? Wir singen mal was zusammen. Du singst doch sicher recht gerne, was? Nein, Papa stört es, wenn er arbeitet. Hä? Hä? Ja, wie geht's denn dem Rollo? Ihm geht's gut, er wird immer dicker und fauler. Das ist ja auch sein gutes Recht. Der wird doch auch immer älter. Wirst du mich denn jetzt öfter besuchen? Oh, gewiss, wenn ich darf. Du kannst doch ruhig deine Freundin mitbringen. Oh, gewiss, wenn ich darf. Wir gehen dann zusammen in den Zoo und sehen die Papageien und die Affen und da wirst du mal richtig lachen, ja? Oh, gewiss, wenn ich darf. Und hinterher, da setzen wir uns zu Schilling und essen Eis. Ananas und Vanilleeis. Ach nein, du isst ja doch am liebsten Zitroneneis, nicht wahr? Oh, gewiss, wenn ich darf. Ich glaube, es wird höchste Zeit. Johanna wird sicher schon ganz unbeduldig sein. Komm. Komm, mein Kind. Zieh dein Wendelchen ab. So, komm, hier auch. Was ist denn dein Händchen? Da ist dein Hütchen. Ja, Ani. Ja, was ist denn? Oh, gewiss, wenn ich darf. 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 Du brauchst nicht so duft. Ich will euch nicht mehr. Ich hasse euch. Ich, ich hasse euch. Alle. 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 Ich will dich. Ich will dich. Ich will dich. Alles. Ich will dich. Das. Das ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020